Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu CasterStory. Ja, die letzten Meile. Wir haben ja nur noch diese drei Abschnitte hier. Also den, den sie gerade abtragen. Und den anderen. Und irgendwie bauen sie schon wieder... Keine Steine ab. Jetzt bauen sie wieder Steine ab. So geht's auf der einen Seite etwas schneller, aber dauert auf der anderen Seite auch etwas länger. Beziehungsweise es dauert nicht länger, es ist halt einfach unpraktisch. Äh, genau, das ist unpraktisch. So, jetzt haben beide 20. Einer hat nur 19 abgeliefert. Wie immer, war wieder typisch. Beziehungsweise nicht mehr wird das Paradig für sich. So. Find ich gerade auch interessant, wie sie jetzt graben. Ja, vielleicht ein Fehler bis voll zu warten. Ich hätte bis 7000 warten sollen und dann voll machen. Wobei mittlerweile klappt es ja wieder scheinbar. Mal gucken, mit etwas Glück sind wir vor. Nur 75 Stunden fertig. Doch, jedenfalls. Also, auf 80 Stunden werden wir nicht kommen. So. 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 Und die Sonne geht mal wieder runter, langsam dahin. Ah, haben wir dann nachher ein großes Gebiet, wo wir Burgen errichten können. Und da geht die Sonne runter. 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 Oh, und wir sind wieder an der Stelle, wo... Und da geht die Sonne runter. 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 So. Gut, wieder wird ein Haufen Zeug liegen gelassen. Oh, sind das jetzt wieder nur fünf? Hören wir aufs Hinterfragen. Noch 96. Wahrscheinlich jetzt wieder weniger 93. 93. 93. 93. 93. 93. 93. 93. 92. 93. 93. 95. 95. 98. Glaubst du? Dann... Jump mal off. Clean das mal ab und schmeiß es hier bitte hin. So. Dankeschön. 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. So, jetzt geht's. Oh, das haben sie hingekriegt. Durch Zufall, sich selbst auszugleichen. Wie viel noch? 49. 47, okay. Ah, ich frage mich, weil jetzt bald die Sonne mal wieder aufgeht. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Sieht zwar da hinten schon heller aus, aber ich glaube nicht, dass das schon die Sonne ist. Weil wie gesagt, dunkles Dorf in dem Spiel. Und jetzt wird es noch ein paar Jahre alt. Und jetzt wird es noch ein paar Jahre alt. Und jetzt wird es noch ein paar Jahre alt.